Ja, so sind's die Blogger. Die denken doppelter Mausklick und schon haben wir den Chuck Norris. Und der Richard, der sitzt zu Haus auf seinem weichen, warmen Studiosessel und mich täter um die halbe Welt schicken, damit ich gerade mal ebenso einen Weltstar finde. Geht's noch? Hasi? Ach, die Schlüpfer. Ja, da kann man nix machen, jetzt hab ich halt keine, gell? Tschüss. Und dann haben sie mir da noch so paar US-Telefonnummern, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Angeblich wichtige Connections zum Chuck, aber entweder geht keiner hin oder es heißt kein Anschluss unter dieser Nummer. Dank auch recht schön. Oh Gott, der Flieger, der fährt vielleicht gleich. Ich war vielleicht noch nie in Amerika. Na ja, wurscht. Chuck, wir kommen! Vielen Dank.